Hallo, hallo, hallo! Wir gucken uns jetzt mal die... ...den Auftrag hier an. Die Jagdsperre machen wir später, aber Monsterjagd werden wir machen. So, ich wollte einmal gucken. Das war Status. Kann man auch irgendwo sehen. Ah! So, das ist unser aktueller Rang. Ich glaube, ich sollte mal einen Bogenschützer als nächstes machen. Ah, komm, wir gehen hier jetzt erstmal rein. Lager aufschlagen, ja. Gott. Der steht ja blöd. So, kochen. E-Steak, ja. So. Danke, wünsche ich dir auch, Tronic. Ah, und jetzt krieg ich Hunger. Genau. So. Das war's grad falsch. So. So. So, auf geht's. Zurück zur Hauptstadt. Oh, bis jetzt ganz entspannt. Ähm. Oh Gott. Ähm. So ganz entspannt. Äh, sehr viel, äh, gedaddelt bis jetzt. Und, äh, ja. Und, äh, ja. Aber so. Erstmal noch nichts Großartiges gemacht. Ist ja, irgendwie. Erst, äh, der erste Tag. Ab morgen fängt dann der richtige Urlaub an. Und da hab ich ein paar Sachen geplant. Ja. Wie zum Beispiel. Die Bude ausmisten und sowas. Also, das wird noch schön anstrengend. Okay. Ja, hab ich eigentlich überhaupt keinen Bock zu. Aber, muss mal gemacht werden. Und, ähm, ich wollte auch sowas machen wie, zum Beispiel den, äh, Schuppen von Schränken befreien, die da drin sind. Weil die können mal in, äh, Sperrmüll. Und, äh, ja. Da kann ich dann einige Sachen aus der Wohnung reinstellen. Was halt aktuell nicht geht, weil ich da keinen Platz hab für Regale oder sowas. Und, ja. He, he. Oh. Oh. Oh, ach schau. Ich frag mich mal corporations auf, wäre gut. Ja. hier von schweinen angegriffen weiter geht es oder zurück jetzt wo ist hier ein Riftstone so ich gebe dir eine rohende Flamme meine kreative Magie sind auf deinem Bezug warte mal oh Gott Oh Gott. Alter Schwede. So. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Uh-huh. That was well thought. There's no one standing who might say otherwise. No doubt. This triumph will spur us into the next. So. So. Weiter geht's. So. Ray, follow me. Ja, ich lauf dir hinterher. So. 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 Ja, ich weiß, wieso ein Nachts hierher. Das Schwert. Ey. Danke, Wildsmark. Okay. 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 Das ist der Prinz oder wie? Okay. 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 Was bedeutet eigentlich diese 1? So. Käfen? Oh. Haken durch hier. Okay. Gibt es hier was? Quality is what you need if you want to. Hmm. Schubiges Oberteil. Wächterplattenharnisch. Okay. So. So. Aber ich will einmal. Bis in die Nacht. Ähm. Hier wie heißt das? Ähm. Gott wie langsam der läuft. So. So. Hallo. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... Lagerfälle einloggen. So. 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 Haken durch. Übrig. So. So. My knees. So. Oh Gott, habe ich viele Lazarussteine. Gibt es eigentlich schon eine Goldfarm? Onyx. Tigerauge. Heilplattenharnisch. Waldläufer, Beinkleider, okay. Lampenöl hergestellt. Dörrfleisch. Ah, Lampenöl. Ja, wir wollen jetzt ins Bett gehen. Oh, ein Gegner besiegt. Ogam eliminieren. Ein voller lehrreicher Erfahrung. Überall zog der erweckte misstrauische Blicke auf sich. Solche Erfahrung macht eine Reise lohnenswert. Okay. Ja. Alles erhalten. Alles ins Lager. Ja. Zeichen der Tapferkeit. Äh, nö. Bestätigen, bestätigen. So. Nio. Ah, hi. Ja, ich hab einen Augenblick Zeit. Na, was hast du zu berichten? Ja, ich weiß. Über die Monsterjagd. Aha. Oh, Expeditionsumhang. Boah. Okay. Danke schön. Danke schön. Hm. Gegen den falschen, souveränen Kunden. So, wir haben doch irgendwas hier grad noch bekommen. Oh. Oh, okay. Okay. Wait. Oh. 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 Okay. So. Ja, ich will Kommt die jetzt hier her? Hallo. Dankeschön. Kaufen. Ja, jetzt kann ich wechseln. Okay. Oh, die Lamellenrüstung sieht gut aus. Okay. Ja, dankeschön. So. Nice. Ausrüstung verbessern. Hey. Dann bringen wir jetzt erstmal wieder ein paar Sachen ins Lager. Und irgendwie sieht die Grafik irgendwie komisch aus. Ich weiß aber auch nicht, wo dran das liegt. Okay, das... Oder was wir certification? Ja, das ist ja schon. Oh, das ist ja schon. Okay, progressiv sieht besser aus. Mesh-Qualität. Oh Gott sei Dank, Bewegungs- und Schärfe ist aus. Das sieht besser aus. Okay, ähm, warum dauerten die so lange? Ich hatte irgendwie den Eindruck, das geht relativ schnell. Und dann könnt ihr 18 Stück anfertigen? Himmelsspalter. Okay. 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 Dankeschön. So. Oh, das geht ja echt, echt gut klar. Und wenn dann Anti-Materie wirklich das Problem ist, dann ist das ja so gesehen ja noch relativ easy. Okay. 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 Ja, ich weiß, wo man dich findet. So, was wollen wir denn jetzt machen? Ein neuer Bogen, schuppige Eindringlinge, die verzierte Dose, Dorf ohne Namen. Okay, laufen wir hier einmal rüber. Oh, da ist Sven. Hallo Sven. Ja, hab ich. Okay, ja, das tut mir leid. Oh Gott, ich wundere mich, warum mir so kalt ist. Ja. Das hab ich ja völlig vergessen. Ähm. Ähm. Was zur Hölle? Ähm. Was bin ich sehend? Warum ist hier ein Troll? Alter. Warum greift denn ein... Wo bin ich? Ähm. Ah, da unten planiert. Warum bin ich... Warum ist hier ein fucking Troll in der Stadt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, der hat keine Chance. Und ich konnte sogar den Vaseilenauftrag von Vega erledigen. Sauber. Oh Gott.